Blumen verschönern das Leben. Ein Zuhause, ein Hotel, ein Geschäft oder eine Praxis wirken sofort viel freundlicher, wenn hübsche Pflanzen als Dekoration gewählt worden sind. Leider ist es oft so, dass man allergisch auf bestimmte Pflanzenarten reagiert. Man deren Geruch nicht ausstehen kann oder gerne abwechselnde Arrangements haben möchte, jedoch die Zeit fehlt, um selber zum Floristen zu fahren. Wir von Flowerwerk haben die Lösung. Bei uns können Sie exklusive Kunstblumen, Kunstpflanzen, Seidenblumen und Arrangements in vier unterschiedlichen Größen kaufen oder mieten. Endlich Blumen, die hygienischen Standards entsprechen, nicht verblühen und nicht abhängig vom Klima oder Standort sind. In abgesprochenen Intervallen wechseln wir Ihr gemietetes Arrangement gegen ein neues aus. So haben Sie eine schöne Abwechslung. Flowerwerk – Ihr Partner für echt wirkende Kunstblumenfloristik.